Herzlich willkommen zur fünften Episode und das Thema, über das wir heute reden, ist welches, Clemens? Wir sprechen über den Kampf um Europa, sprechen über unsere politische Zukunft in Europa mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Wir werden in den nächsten Minuten auch gleich das Gespräch mit Ulrike Gero führen. Wir werden nur kurz die Zeit nutzen, um auch über einige Begrifflichkeiten zu reden und über einige Themenfelder zu reden und warum sie letztendlich auch Bedeutung haben. Wenn wir auf Europa schauen, stellen wir fest, dass es ein großes Misstrauen gibt gegenüber den Menschen, die in Brüssel sitzen und Entscheidungen treffen und den Menschen, die hier in Deutschland dezentralisiert auf kleinen Ortschaften verteilt nach oben schauen, haben das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Und dieses Ungleichgewicht scheint auch dazu geführt zu haben, dass es hier in Europa auch eine gleiche Verschiebung gibt. Manche sprechen von einer tektonischen Parteienverschiebung zugunsten Bewegung wie Pegida, zugunsten Parteien wie der AfD, wie der Front National oder auch Gerd Willers Partei. Und wenn wir uns die Frage stellen, woher kommt das, werden wir uns schnell mit den Mechanismen auseinandersetzen und auch der Unzufriedenheit gegenüber diesen Mechanismen. Für dich gab es da eine entscheidende Entwicklung, Clemens, in den letzten Jahren? Oder was denkst du, ist hier relevant, auf was sollten wir schauen? Wie könnten wir uns letztendlich erklären, warum es hier in Europa diese Unzufriedenheit gibt? Ja, deswegen ist es ja so spannend, mit jemandem wie Frau Garot zu sprechen, die sich so intensiv damit beschäftigt hat und vor allem mit ihrem Buch, warum Europa eine Republik werden muss, so viel Aufsehen, ja, für so viel Aufsehen gesorgt hat. Weil ich glaube, jeder Mensch bekommt irgendwie über Medien, Nachrichten, Zeitungen mit, dass etwas nicht stimmt und nicht erst seit kurzem, sondern schon seit einigen Jahren. Und gerade durch Sachen wie Brexit, durch das Votum der Engländer, die EU zu verlassen, glaube ich, haben viele Menschen das Gefühl bekommen, dass es mit der EU nicht mehr weit gehen wird. Es gibt einen Index, einen Finanzindex, der ermittelt wird durch die Befragung von Investoren und Anlegern, für wie wahrscheinlich sie den Austritt eines gewissen EU-Mitglieds halten. Und der Index war zeitweise halt sehr hoch, hatte einen sehr kritischen Wert. Mittlerweile ist er wieder gefallen. Die Dinge haben sich ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass es grundlegende Probleme gibt. Stichwort Euro-Krise. Ja, manche Menschen würden wahrscheinlich das Thema Migration nennen. Das für sie das größte Problem ist Sicherheit, Terrorismus. Jeder hat da Themen, die ihn sehr beschäftigen und die ihn ängstigen. Und das wirft halt viele Fragen auf, wie es weitergeht. Also was ist der große Wurf? Zumindest stelle ich mir die Frage. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir in dem Gespräch halt versuchen, so ein bisschen so zugrunde liegende Mechanismen zu beleuchten. Also das schreckt vielleicht manchmal ab, über Wirtschaftspolitik oder gewisse komplizierten Wirtschaftsmechanismen zu sprechen, die die Eurozone betreffen. Ja, sowas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder andere Mechanismen, die irgendwie Ungleichgewichte in der Eurozone ausgleichen. Aber wenn man sich da versucht, ein bisschen darauf einzulassen, dann bietet das vielleicht die ein oder andere Antwortmöglichkeit an, warum wir diese Krise so massiv gerade erleben. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht täuschen lassen davon, dass, wenn es jetzt vielleicht in Deutschland ein bisschen ruhiger gerade scheint, dass wir diese Krise in Europa überstanden haben. Also ich glaube, dass wir das eben nicht haben. Der Blick auf Europa zeigt auch eine gewisse Unzufriedenheit an der Teilhabe. Die Menschen, wie bereits erwähnt, scheinen dort nicht ausreichend repräsentiert zu sehen. Und ich glaube, interessant an der Stelle ist, dass Ulrike Gorohm mit dem Begriff der Republik kommt. Und dort versucht, dieses fehlende partizipatorische Element wieder reinzubringen, das es gegenwärtig nicht gibt. Und da wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, damit auch einleitend anzufangen und sie dann auch zu fragen und da ausgehend von diesem Gedankenkonstrukt zu schauen, ob wir damit auch die gegenwärtige Krise Europas, falls wir überhaupt so weit gehen können, von einer Krise zu reden, überwinden können. Und damit würde ich sagen, könnten wir auch gleich einleitend zum Gespräch gehen mit Frau Gero. Ja, ich würde noch eine Sache hinzufügen wollen. Wir sprechen jetzt gleich mit dir über den Begriff der Republik, weil sie ja sagt, Europa muss eine Republik werden. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, okay, was heißt das überhaupt? Wir haben die Europäische Union und sie soll eine Republik werden. Okay, damit meint sie, dass wir die Nationalstaaten, so wie wir sie jetzt kennen, Deutschland, Italien, Frankreich, alle abschaffen sollen. Also wir sind dann keine deutschen Bürger mehr und die Franzosen keine französischen Bürger, sondern wir sind alle europäische Bürger mit europäischen Rechten und wir zahlen europäische Steuern etc. Und das ist schon ein sehr radikaler Entwurf, den sie da anbietet. Aber in ihren Schriften, wenn man sich ein bisschen mit ihren Büchern auch beschäftigt, stellt man eben fest, dass sie da schon versucht, eine Leidenschaft zu entwickeln. Also sie stellt fest, und ich denke, dieser Analyse kann man folgen, dass die Situation sehr verfahren und ausweglos erscheint. Und sie will einfach einen vielleicht sehr utopischen, sie spricht auch von einer Utopie, aber einen sehr positiven, optimistischen, zukunftsgewandten Entwurf vorlegen, was man machen könnte. Und den diskutieren wir mit ihr. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in das Gespräch über. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in das Gespräch über. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukitsch. Ich bin Bas Almeyra. Und unsere heutige Gesprächspartnerin ist die Politikwissenschaftlerin Ulrike Garot. Herzlich willkommen. Hallo. Ulrike Garot ist Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt an der Universität Krems in Österreich. Und sie ist sehr profiliert und bekannt, wenn es um Europa-Forschung, europäische Integration geht. Das ist ihr Spezialgebiet unter anderem. Und sie hat mit dem 2016 erschienenen Buch, warum Europa eine Republik werden muss, eine sehr große Debatte ins Rollen gebracht. Und wir würden sehr gerne mit ihr heute darüber sprechen. Ich freue mich drauf. Fangen wir mal gleich mit dem Begriff an der Republik. Der wird ja unterschiedlich konnotiert und unterschiedlich belegt. Aber er stellt für Sie einen sehr entscheidenden Begriff dar. Gerade gegenwärtig, wenn wir uns die Uhr angucken, fast ein Gegenmodell. Vielleicht nicht ganz so weit, aber eine Alternative. Wie ist der Begriff zu verstehen in diesem Kontext? Ja, danke für die Frage. Es war mir wirklich ein Bedürfnis im Jahr 2016, was natürlich ein ganz tiefes Krisenjahr war. Wir erinnern uns, Brexit, Grexit, Flüchtlinge und so weiter. Einfach mal eine kühne Gegenskizze zu machen gegen ganz massive Disintegrationstendenzen. Also Europa war wirklich so, oder die EU muss man ja sagen, so ein bisschen vor dem Abnippeln, sage ich mal, nicht mehr präsent. Und keiner hat mehr an sie geglaubt. Die Umfragewerte sind ganz drastisch gefallen. Unterhalb der 50-Prozent-Marke aggregiert europaweit. Und ich wollte einfach wirklich ganz bewusst den Gegentupfer setzen, um zu sagen, da geht es hin, da müsste es hin. Und diese Diskussion war ein bisschen verfangen, weil wir ja immer geredet haben über europäische Demokratie und wir brauchen mehr Transparenz und so. Und ich fand das nicht so griffig, weil was ist schon more democracy? Was heißt schon mehr Demokratie? Und da wollte ich mit dem Begriff der Republik noch mal ganz einen starken Akzent setzen, dass wenn immer Menschen sich in einem politischen Projekt geeint haben, dann haben sie eine Republik gegründet. Seit Platon ist der Begriff der Republik, res publica, das öffentliche Gute, das menschliche Nachdenken darüber, wie man sich in einem politischen Abenteuer zusammentun kann. Und das wollte ich noch mal mobilisieren, weswegen ich in dem Buch ja auch von Platon zu Aristoteles, zu Cicero, zu Kanzo, Rousseau wandere und den Begriff der Republik noch mal eingrenze, als ein Begriff, der geltend macht, das, was wir heute suchen, nämlich, dass sich ein politisches Projekt immer auf das Gemeinwohl konzentrieren muss. Und das wollte ich einfach abgrenzen von dieser EU, die ja vermeintlich nur ein Markt ist oder eine Währung und wo es also um nichts anderes geht als um Wirtschaft. Okay. Max-Uwe? Sie haben ja das Buch, das Buch ist ja keine trockene politikwissenschaftliche, technische Abhandlung, sondern, wenngleich das Buch sehr wissenschaftliche Aspekte hat, haben Sie aber auch einen Stil gewählt, der es ja, glaube ich, vielen Menschen aus vielen Bereichen möglich macht, irgendwie einen Anschluss dazu zu finden und sich für diese, ihren Begriff der Republik, der Gemeinwohlsache zu begeistern, was ich persönlich sehr positiv finde. Und wenn man das Buch liest, dann bekommt man ja auch so einen gewissen Enthusiasmus oder so eine Euphorie, so hey, was alles möglich sein könnte. Und am Anfang Ihres Buches schreiben Sie so eine ziemlich entscheidende Stelle, wer sind eigentlich die Menschen, die diese euphorische und enthusiastische Idee, diese Utopie dann in die Wirklichkeit umsetzen sollen. Und da steht dann, das sind die mobilen, die dezentralen, die digitalen Bürger, Bürger Europas, die gar nicht mehr an den Nationalstaat glauben, sondern eigentlich eh total draußen in der Welt sind und multilingual. Und ich habe mich so gefragt, ist das wirklich die Gruppe, auf die wir uns da verlassen können? Also sind das wirklich die Leute, die diese Idee dann umsetzen werden? Ja, nicht nur. Nicht nur, danke für die Frage, aber ich meine nicht nur die. Also ich habe fünf Gruppen, glaube ich, am Anfang des Buches im Visier, darunter übrigens auch die Frauen, junge Frauen, die sehr dynamisch im Moment über Europa nachdenken, wenn sie mal gucken, wer gerade Träger des Europadiskurses ist. Frauen, weil wir natürlich jetzt auch so eine Art feministisches Zeitalter irgendwo haben. Aber es sind auch andere Gruppen, es sind die Progressiven, es sind die Nachhaltigkeitsbemühten oder die Umweltschützer, es ist ein progressives Milieu, es sind die Kirchen in der Tat, die diesen Diskurs auch sehr stark unterstützen, ganz egal ob evangelische oder katholische Kirche, das konnte ich merken von den Einladungen, die ich bekommen habe. Und diese Einladungen sind in vier Bereiche gegangen, in die junge mobile Jugend, die haben Sie angesprochen, in die progressiven, in die Kirchen und in die nachhaltigkeitsbemühten Umweltmilieus. Weil ich mit dem Buch ja auch versucht habe, verschiedene Sachen oder verschiedene Debatten zusammenzudenken. Das eine ist eine Neustrukturierung des politischen Systems der EU oder Europas. Das andere ist aber auch der Versuch darüber nachzudenken, wie ein Europa denn sozusagen ökonomisch aufgestellt sein müsste, um den Debatten der Zukunft zu genügen. Das heißt der Klimadebatte, der Verwüstung der Erde und so weiter und so fort. Aber wenn Sie diese Gruppe so beschreiben, ökonomisch, also ökologisch, mobil, nachhaltig, dann denke ich irgendwie an Leute, die in Prenzlauer Berg wohnen oder in anderen Stadtteilen, europäischer Metropolen, die komplett gentrifiziert sind. Und diesen Leuten geht es doch eigentlich gut. Sind das nicht die Leute, die das geringste Interesse haben an Wandel? Weil die haben die Personenfreizügigkeit, die können überall arbeiten. Ja, aber den Kontrapunkt, Sie haben völlig recht, aber den Kontrapunkt, den ich in diesem Buch setze und deswegen ist mir, um das vielleicht noch mal vorab zu sagen, dem Hörer, der das vielleicht noch nicht gelesen hat, aber es geht mir sehr darum, so eine Art Don Camillo und Pepone-Moment zu schaffen. Ja, also die Republik ist ja, deswegen ist sie so ein bisschen auch wie Macron heute, nie droit, nie gauche, nicht rechts, nicht links. Es geht mir um einen systemischen Wechsel, dass man sozusagen im Maschinenraum Europas aufräumt, um ein System zu schaffen, das einfach wieder dezentral ist und das vielen Menschen einen politischen Hebel im System einräumt. Was ich damit meine ist, einen großen Resonanzboden mit dem Buch habe ich erzielt, genau im anderen Milieu als das, was Sie beschrieben haben. Also nicht Prenzelberg, urbane, mobile Erasmus-Jugend, sondern gerade die Regionen, gerade die dezentralen Gebiete, auch die ländlichen, oft vergessenen Gebiete, in denen wir ja heute das Problem des Populismus besonders haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn Sie gucken, so auf Länderregierungen, ganz egal ob Baden-Württemberg, ob Hessen, Katalanien oder Schottland, da sind die Leute, die sozusagen in der Fläche ja auch alle sehr europäisch sind, aber trotzdem mit dem System der EU, so wie es ist, oft nicht zufrieden sind. Das können wir ja auch daran festmachen, dass wir jetzt diese regionalen Unabhängigkeitsbewegungen haben, Tirol, andere wären da zu nennen. Und in beides zu gucken, also sozusagen die Eliten, die europäischen Eliten, die jungen, urbanen, flexiblen Leute einerseits, aber andererseits hinzugucken, wie kriege ich Europa in die Fläche? Und zwar über ein dezentrales Modell, was eben Regionen nochmal anders aufwertet im politischen System. Das war der Versuch, beides zusammenzubinden. Und ich glaube, daraus ist der Resonanzboden entstanden, der eben einerseits politisch nicht mehr zuortbar ist. Interessanterweise ist die Europäische Republik ja jetzt in zwei Parteiprogrammen, einmal bei den Piraten und einmal bei den Neos. Die einen sind liberal, die anderen sind eher links. Und das ist ja schon mal interessant als solches. Also genau das wollte ich, dass es überparteilich bleibt, aber dass ich eben auch eine Klammer finde zwischen einer eher städtisch urbanen, mobilen Bevölkerung und einer regionalen Bevölkerung mit einem stark dezentralen Argument. Also wenn wir das gegenwärtige Problem schauen, deswegen auch der Begriff der Republik, haben wir das Problem, dass wir keinen Grundsatz der politischen Gleichheit genießen. Das finden wir einmal sicherlich auf der viel gescholtenen ökonomischen Ebene, aber auch auf der politischen Ebene. Und Sie sagten ja auch, dass das Steuerrecht auch überall gleich sein muss. Wir brauchen halt überall eine Vereinheitlichung der Steuern, damit es halt nicht dieses ähnliche Begriff, den auch Professor Dr. Björn Hacker verwendet hat, Race to the Bottom, halt eben gibt, dass wir hier nicht in Slowenien, wie Sie auch sagten, die Werkbank der Deutschen haben. Dass wir dort letztendlich unsere billige Produktion haben und alle auch in einer gewissen Abhängigkeit zu Deutschland stehen. Müssen wir da eigentlich, wo finden wir da genau die Nachjustierung? Wo müssen wir da anlegen, um das aufzubrechen? Ja, also danke für die Frage. Das bringt mich dazu, dass sozusagen, wenn ich das Buch auf einen Slogan twitterfähig 140 Zeichen runterbrechen müsste, heißt das eigentlich ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Was ist die Grundvoraussetzung für eine Demokratie? Eine Demokratie ist, wenn die Bürger gleich sind vor dem Recht. Ja, also dass wir in der Bundesrepublik Deutschland von Rügen bis München bis Düsseldorf Bundesbürger sind. Bundesbürger dieser Bundesrepublik hat viel damit zu tun, dass wir gleich sind bei Wahlen, gleich bei Steuern und gleich beim Zugang zu sozialen Rechten, egal ob sie in Düsseldorf oder auf Rügen sind, am Ende des Tages kriegen sie 375 Euro Hartz IV Punkt, ja. Und genau das wollte ich eigentlich übertragen auf die, mindestens schon mal auf die Eurozone, ja, vielleicht noch nicht auf ganz Europa mit Bulgarien und Rumänien, aber schon mal auf die Eurozone, die als solches ja auch konvergent ist, ökonomisch konvergent und eben zu sagen, wir haben schon einen Markt, wir haben eine Währung und eine Währung ist schon ein Sozialvertrag, ein Kontrasocial und deswegen brauchen wir jetzt eine Demokratie und die können wir nur schaffen und daher kommt auch der Begriff der Republik, wenn wir akzeptieren, dass wir als europäische Staatsbürger gleich sind vor dem Recht. Die Definition von Cicero der Republik war Equium Jus, Gleichheit vor dem Recht. Und da haben sie völlig recht, wenn wir sagen würden, der allgemeine, der sogenannte allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz würde gelten, ganz egal, ob sie Portugiese, Finne, Slowake oder Deutscher sind, dann müssten wir von der einen Währung, die wir haben und der einen IBAN-Nummer, die wir inzwischen haben, jetzt als nächstes zu der einen Steuernummer kommen und dann könnten wir nämlich nicht innerhalb der EU wie jetzt Bürger gegen Bürger stellen, also die Bürger des einen Staates gegen die Bürger des anderen Staates stellen. Das müsste im Prinzip die Absicht sein und dann würden wir letzter Satz, Europa umstülpen, das ist immer mein Wort, warum? Wir haben jetzt in der EU im Grunde Gleichheit für Marktakteure, aber keine Gleichheit für Bürger und in jedem politischen System müssten die Bürger gleichgestellt sein, während die Marktakteure in Konkurrenz sind. Bevor wir weitergehen zum nächsten Thema und uns auch komplett jetzt von dem Begriff der Republik lösen, wahrscheinlich wird das immer wieder zurückkommen, möchte ich einmal auf eine grundsätzliche Debatte hinaus. Der Begriff der Republik wird ja unterschiedlich belegt und wir sehen ja auch gerade, wenn wir nach Frankreich schauen, dass dieser Begriff eine besondere Bedeutung hat. Marie Le Pen versteht sich als die Republik, Sarkozy hat seine Partei sogar impromulant in die Republikaner. Jeder hat eine gewisse Vorstellung davon und wenn man nach Frankreich schaut, sicherlich auch eine gewisse patriotische Belegung damit, aber es ist auch der Begriff eines Neuanfangs dort und die Vorstellung eines reinigenden Feuers und eines Umbruchs einer neuen Republik vielleicht, vielleicht ist das der Unterton, die einige noch anstreben wollen. Wir haben also auch die gewisse Gefahr auf der anderen Seite, dass dieser Begriff zum kompletten Umsturz verwendet wird. Ist dieser Umsturz denn schlimm? Ist er was Gutes? Sollte es, Frau's Gesicht, ich interpretiere da jetzt nicht zu viel rein, aber ist es nicht auch ein Deutungskampf, den wir hier führen auf semantischer Ebene? Sie fordern das ja selbst mit dem Europäischen Bürgerkrieg, also dass so ein Einreißen des Nationalstaates, das wäre ja vielleicht so ein Umsturz. Also was heißt schon Umsturz? Ja und das mal vorab zu sagen, ich fordere keinen Bürgerkrieg, sondern es geht mit Ingeborg Bachmann zu sprechen, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Was ich mit meinem zweiten Buch, der neue Bürgerkrieg, bezeichnen wollte ist, dass wir meiner Meinung nach irrtümlicherweise gesagt bekommen, dass wir gerade in einer Renationalisierungsphase sind und ich bestreite das und mache ein zentrales Argument, nämlich dass wir uns nicht renationalisieren, sondern dass gerade Nationen, ganze Nationen gespalten werden. Am besten kann man das gerade sehen in Großbritannien, Brexit oder nicht für Brexit spaltet die britische Nation und man kann sich legitimerweise fragen, wer vertritt denn jetzt die britische Nation? Oder Peace-Partei gegen die Gegner von Peace, Marine Le Pen gegen die Gegner von Marine Le Pen oder in Österreich Hofer von der Bell. Das heißt, ganze Nationen werden gespalten entlang der Linie Populismus oder Nichtpopulismus. Und daraus mache ich das Argument zu sagen, und zwar ein theoretisches Argument, das ich entliehen habe von Giorgio Agamben, wenn der politische Körper in seiner Gänze nicht mehr repräsentiert werden kann, sondern Menge gegen Menge steht von Bürgern, die etwas sehr Unterschiedliches wollen und wo das nicht mehr versöhnlich ist, dann sind wir im theoretischen Paradigma des Bürgerkriegs. Das ist für Deutschland noch nicht so griffig, wobei man sich auch hier fragen kann, Pegida, wir sind das Volk oder Pulse of Europe, wir wollen Europa. Wer sind denn jetzt die deutschen Bürger, Pulse of Europe oder Pegida, wer hat denn da den Anspruch, sozusagen den politischen Körper der Deutschen zu vertreten? Wir sind hier noch nicht so in Anführungsstrichen weit wie in Großbritannien, wo der Riss schon längst ganz in die Gesellschaft geht. Und dieses Paradigma wollte ich mit dem Buch beleuchten und dann das Argument machen, ja, davor haben wir jetzt Angst, wir sind ja in einer großen politischen Krise und beobachten das ja alles ganz auch erregt oder aufgeregt und mit Maläse. Was passiert denn da jetzt mit dem Brexit und so weiter? Es zerreißt die Nation. Und da ich ja eine Streitschrift geschrieben habe, die auch Streit auslösen sollte, habe ich gesagt, wunderbar, nehmen wir uns doch mal diesen historischen Prozess, machen wir uns den zunutze, anstatt uns dagegen zu stemmen. Und wir machen aus diesem historischen Prozess im Prinzip ein neues Europa und für das neue Europa, und jetzt kommen wir zu dem alten Buch zurück, darf es den Nationalstaat ja nicht geben. Soll heißen, in dem Moment, wo sich die Nationen spalten, sage ich, wunderbar, ist doch gut, einer muss sie ja spalten, weil wir brauchen ja ein neues Europa. Den einen Punkt mache ich jetzt noch, was ist die Kernidee dahinter? Die Kernidee dahinter ist, dass wir heute sagen, Europa besteht aus souveränen Nationalstaaten. Ich sage, souverän, frei nach Kurt Tucholsky sind immer nur die Bürger. Alle Souveränität geht vom Volker aus und kommt so schnell nicht wieder, hat Kurt Tucholsky mal gesagt. Soll heißen, souverän sind Sie und Sie und ich, wir sind als Bürger souverän, aber nicht Staaten. Staaten haben eine entliehene Souveränität von uns. Und den Prozess, den ich mir jetzt vorstelle, ist im Prinzip, wir als Bürger nehmen die Souveränität von unseren Nationalstaaten wieder zurück, weil die zerfallen ja sowieso. Und wir als europäische Bürger, ganz egal, ob sie Finne, Spanier oder Slowake sind, wir begründen die Europäische Republik neu. Dann würden wir was machen und das ist ganz wichtig. Wir wären eine Staatsbürgergemeinschaft. Und eine Staatsbürgergemeinschaft ist natürlich was ganz anderes als Vereinigte Staaten von Europa. Eine Staatsbürgergemeinschaft hat nämlich genau das zur Voraussetzung, was wir eben beim Begriff der Republik diskutiert haben. Sie sind gleich vor dem Recht. Staatsbürger sind gleich vor dem Recht. Und das ist im Übrigen auch keine neue Definition. Das hat der konservative Historiker Theodor Schieder schon 1983 gesagt, wo er was gesagt hat. Der Nationalstaat in Europa ist ein historisches Phänomen, denn eigentlich ist Nation Staatsbürgergemeinschaft. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns als European Citizens, als europäische Bürger jenseits von Nationen verstehen und auf einer Staatsbürgergemeinschaft unsere Rechte haben, die da alle gleich sind, in dem Moment haben wir Europa verwirklicht und zwar ganz ohne Nationalstaaten. Und wir sind als Bürger der Souverän des Systems. Das ist mein kühn nach vorne gedachter Denkvorschlag oder mein Denkangebot. Jetzt denken alle, Moment mal, das geht doch sehr weit und ist doch sehr utopisch. Da sage ich, nein, guckt euch mal die Brexit-Debatte an. Es wird genau jetzt verhandelt, in dem Moment, wo der Giefer-Hofstadt als Ombudsmann des Europäischen Parlaments in den Brexit-Verhandlungen was vorschlägt, dass die Briten, die in Kontinentaleuropa leben, hier Eigentum haben oder hier gearbeitet haben, eine personalisierte Unionsbürgerschaft bekommen, in dem Moment, wo Großbritannien austritt. Sollte das passieren, wäre das ein Einstieg in genau dieses gedankliche oder theoretische Konzept, was ich vorschlage, nämlich Europa als Staatsbürgergemeinschaft, in der die europäischen Bürger gleich sind vor dem Recht, als Grundlage für eine Neugestaltung der europäischen Demokratie. Ich bin schon wieder ganz enthusiastisch jetzt von Ihrer Ansprache. Ich nehme ja mit, aus dem, was Sie sagen, was Sie auch schreiben und da oft kommentiert haben dazu, dass eben eine Respublika, eine Pälische Republik, eine soziale Republik sein müsste. Und Sie haben vorhin auch Piles of Europe und Pegida genannt, also als Bürger, die als plötzlich politisch aufgeladen in der Öffentlichkeit agieren und ihre Meinung kundtun. Gerade wenn ich mir Piles of Europe ansehe, dann denke ich so, gut, die sind alle irgendwie für ein Europa, aber möglicherweise für ein merkelisches oder ein schäubelsches Europa des Weiters so, also der Strukturreformen, der Haushaltsdisziplinen, der knappen Budgets. Und in dem Moment, wo Sie sagen, Sie haben ja auch gesagt, Sie möchten jetzt gar nicht so politisch sein, Sie möchten, dass Ihre Idee von allen Lagern aufgenommen wird. In dem Moment, wo es dann um konkrete Politiken geht, die vielleicht auch eingefärbt sind, links oder rechts, hört das dann schon schnell auf wieder mit dieser gemeinschaftlichen Begeisterung oder dem Sinn für Europa. Und meine Idee, weil ich habe ja auch Ihr Buch gelesen und dachte mir so, ja gut, eine Wende, so wie Frau Gero das beschreibt, das müsste eine linke, eine linke Wende sein, ganz klar. Und Sie erwähnen ja auch sehr oft Wolfgang Streeck, gekaufte Zeit in Ihrem Buch, also in einigen Fußnoten verweisen Sie auf ihn. Und ich fand das interessant, weil Wolfgang Streeck ja ein sehr, sehr düsteres Bild des Spätkapitalismus zeichnet, also wo wir eigentlich hoffnungslos den internationalen Finanzmärkten ausgeliefert sind. Die makroökonomischen Ungleichgewichte können niemals überwunden werden in Europa und eigentlich müssen wir irgendwie raus aus dem Euro, weil das wird alles nur noch schlimmer. Mir fällt es irgendwie schwer, nach 30 Jahren, ich weiß nicht, there is no society, there is just individual Thatcherism und so weiter, Konsum- und Kommerzgesellschaft. Mir fällt das auch so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass jetzt plötzlich diese Generation, die jetzt in den 80er Jahren vielleicht geboren wurde und die 30 Jahre nach dem Krieg nicht mehr miterlebt hat, dass die jetzt wieder diese soziale Wende auch mit Inhalt füllen können und auch wissen, was heißt das eigentlich, sozial zu sein? Also was verbindet den multilingualen, mobilen, dezentralen Google-Mitarbeiter, der mal in Dublin, mal in Hamburg und mal in Rom ist, mit irgendeinem Menschen aus dem Dienstleistungsprekariat der Pizzas ausliefert? Ja, also wir können jetzt hier kein soziologisches Seminar machen. Ja, das sind wirklich ganz komplexe Fragen, die ich jetzt auch nicht unterkomplex hier verhandeln möchte in zwei, drei Minuten. Aber ja, ich zitiere Wolfgang Streeck. Ja, Wolfgang Streeck ist nicht der Einzige, der gerade auf verschiedene, sagen wir mal, Dysfunktionalitäten vom Finanzmarktkapitalismus, Euro-Governance und so weiter hinweist. Da gibt es auch noch Robert Miesig und Chantal Mouf und Paul Mason und wie sie alle heißen, es gibt eine große Debatte, Oliver Nachtwey, die große Regression und alles, was wir untersuchen, ist in der Tat das, was Sie in Ihrer Frage skizziert haben, haben wir längst sozusagen In-Build-Mekanismen, also systemische Mechanismen, die darauf hinauslaufen, dass wir den Primat der Politik verloren haben, dass wir das Soziale und das Wir, das Kollektive, das Gemeinwohl gar nicht mehr organisieren können, weil wir über Bildung, über Konsumgesellschaft, über mediale Wirkung, über Diskurse längst inszenieren, ein Freiheitsbild von jeder macht, was er will und keiner ist mehr für das Allgemeine verantwortlich. ich glaube, das können wir ausbreiten, das ist sicherlich Stand der Forschung. Stand der Forschung ist aber, dass wir mitten, glaube ich, in der Gegenbewegung sitzen. Wir haben auch Negri und Indignatio und Empört euch und Stephan Essel und so weiter. Das heißt, beides ist ja wahr. Das ist ein bisschen wie bei Lacan, Reality and the Real. Die Reality sagt Ihnen, wir sind noch in dieser EU und das funktioniert alles und the Real, das, was wir fühlen, ist, es funktioniert nicht mehr. Und die Diskrepanz zwischen Reality und Real ist sozusagen die Analyseeinheit von Lacan. Insofern gibt es darauf keine Antworten. Niemand weiß, die hat die Kristallkugel, wird das, wird das nicht, stürzt das, System, aber weil sie von Umbruch sprachen, weil sie von sozialem Europa sprachen, sind das die beiden Antwortelemente. Das erste ist, Umbruch kann niemand voraussehen, aber auch wenn ihn niemand will, kann er passieren. Alle haben gesagt, bei der Sowjetunion, too big to fail, kann nie passieren, soll nicht passieren und in drei Wochen war die Sowjetunion auf einmal weg. Das heißt, Systeme stürzen irgendwann mal ein und niemand weiß wann und auch wenn es niemand will, passiert es immer wieder. Das ist das Erste und ich sage, das ist total wertneutral, ich will das nicht und auch nicht herbeirufen, und es ist eine Analyseeinheit. Das zweite ist das Soziale und der Punkt ist tatsächlich sehr brennend. Marine Le Pen, die Sie zitiert haben, hat in ihren Wahlkampfreden immer einen Satz gesagt, sagt, ja, wenn es die Nation nicht mehr gibt, wer kümmert sich um die Armen? Und die Frage ist berechtigt, soll heißen, wenn sich Europa nicht um die Anführungsstriche Armen, um die Sozialvernachlässigten oder um die Modernisierungsverlierer kümmert, wird Europa nicht funktionieren, weil uns die gesamte Geschichte lehrt, dass Systeme immer dann brechen, wenn Eliten ihre soziale Basis verlieren. Dazu gibt es im Moment ein wahnsinnig tolles Buch auf dem Markt, das kann ich den Hörern nur empfehlen, Bruno Aimable, Le Bloc Bourgeois, L'Illusion du Bloc Bourgeois, die Illusion des bürgerlichen Blocks, wo er im Grunde die Analyse macht, dass Frankreich, auch jetzt unter Macron, von einer, ich sag mal, oberen Elite rechts und links, ja, es geht nicht nur um Politik, sondern es geht darum, ob sie oben oder unten in der Gesellschaft regieren. Und er eben sagt, Macron regiert de facto mit den Besserverdienenden, hat keine soziale Basis, weder rechts noch links, und kann darum nicht erfolgreich sein. Ich will jetzt hier nicht diskutieren, ob das Buch so stimmt oder nicht, also ob Macron jetzt erfolgreich ist oder nicht, aber das Buch in seiner Analyse ist brennscharf. Und deswegen geht es auch nicht darum, zu sagen, ich komme hier durch die linke Ecke mit der Republik. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das progressive Milieu ist das eine, die Region und die Dezentralisierung ist das andere Milieu. Weil wenn wir sagen links, dann heißt es immer die Arbeiter, die vernachlässigten Arbeiter und so weiter. Aber es gibt auch ein unteres Milieu im rechten Spektrum. Und das untere Milieu im rechten Spektrum sind die kleinen Kaufleute und das sind die kleinen Handwerksbetriebe und so weiter. Und die sind meistens in den Regionen, in den ländlichen Gebieten. Soll heißen, rechts wie links haben eine soziale Basis. Und diese soziale Basis sind praktisch Modernisierungsverlierer, ganz egal, ob sie als Arbeiter Modernisierungsverlierer sind oder als kleine Handwerker auf dem Land. Was sie unterscheidet, ist nicht die Armut. Was sie unterscheidet, ist meistens, ob sie wertekonservativ sind oder nicht. Wenn sie sozusagen auf dem Land ein rechter Modernisierungsverlierer sind, sind sie tendenziell gegen Schwule und für Frauen hinterm Herd und so weiter. Und wenn sie links sind, sind sie das tendenziell nicht. Das heißt, wir haben eine Verschiebung von Werteliberalismus, Wertekonservativ und von Wirtschaftsliberalismus. Und unter dem Wirtschaftsliberalismus, wie die EU ihn betrieben hat, haben rechts wie links verloren. Und damit ist die soziale Basis für Europa weggebrochen. Das ist die Analyse und das müssen wir begreifen. Und insofern, ja, glaube ich, hat Emable oder eben Marine Le Pen, wenn Europa nicht sozial wird, dann hat die EU, so wie sie ist, wahrscheinlich keine Chance. Warum? Weil die Modernisierungsverlierer, die jetzt die sozialen Verlierer sind, von nationalen, sage ich mal, Sirenen eingefangen und instrumentalisiert werden, soll heißen, wo man ihnen das Soziale nicht mehr bietet, das höhere Gehalt, den sozialen Schutz, bietet man ihnen die Fahne und die Nation, um sich da einzurollen. Und das wird natürlich orchestriert über Angstdiskurse. Und das ist, was wir ja sehen. Ja. Musik Dann schließen wir nochmal an, kurz an das Thema Populisten und rechte Bewegungen. Sie hatten ja angedeutet gehabt, dass die soziale Basis gerade das Kernelement ist und was auch den Unmut vieler Menschen in diesen Lagern letztendlich hervorruft, gerade weil man das vernachlässigt. Haben wir auch einen Fehler damit gemacht, dass wir diese Menschen, die bei Pegida mitlaufen, bei AfD mitlaufen, vielleicht auch in Frankreich unter dem Banner von der Front National laufen, dass wir die nicht als Zivilgesellschaft angesehen haben und denen vielleicht auch die Legitimität und ihre Daseinsberechtigung geraubt haben und dementsprechend auch etwas losgetreten haben, das auf psychologischer Ebene auch sehr kontraproduktiv war im Umgang mit diesen Menschen? Absolut, also dafür gibt es ganz viel Evidenz. Also dass sich zum Beispiel der Parti Socialiste, weil sie von Frankreich sprechen, im Grunde irgendwann mal von ihrer eigenen sozialen Basis distanziert hat, also von den Arbeitern nach dem Motto, die sind jetzt alle homophob und sitzen da auf dem Land, wir müssen uns nicht um die kümmern. Das ist ja inzwischen dokumentiert, das ist Teil des Buches von Amable zum Beispiel. Das ist die große Debatte des Fehlers der Linken, dass die Linke irgendwann mal eine emanzipatorische Agenda mit persönlichen Freiheitsrechten definiert hat. Das heißt also Gender, Transgender-Toiletten, Homo-Ehe und so weiter oder eben auch zum Beispiel Wikileaks und diese emanzipatorischen Bewegungen, während man das emanzipatorische Element der sozialen Basis, wir kümmern uns um die Arbeiter, vernachlässigt hat. Das ist im Grunde, wenn man heute in die Literatur guckt, ist das das große Schuldbekenntnis der Linken, dass man die Leute nicht ernst genommen hat in ihrem Begehren. Und ich glaube, das ist tatsächlich der sachliche Punkt, den man machen kann. Und dahinter steht natürlich, dass Leute, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, das heißt, die sind gekränkt, dass die irgendwo anders hingehen, weil sie ein Ressentiment entwickeln. Und dieses Ressentiment geht natürlich dann immer auf noch schwächere. Und als dann die Flüchtlingskrise sozusagen noch auf die soziale Krise kam, wanderte dieses Ressentiment natürlich ganz schnell ins Nationale und damit ins National Ausgrenzende gegenüber anderen. Und die anderen sind dann wahlweise die Muslime, die Flüchtlinge und so weiter. Und das sind die Muster, die wir in Osteuropa, in Polen, in Frankreich, auch in Deutschland, in Ostdeutschland beobachten können. Und insofern haben wir hier auch die Überkreuzstellung von einem erst, ich sag mal, Modernisierungsverlustphänomen, das dann noch gekoppelt wurde mit einer Überfremdungsproblematik. Ja, wo das Nationale und hier liegt, ich glaube, das wirklich politisch Problematische, dass eben die Modernisierungsverlierer instrumentalisiert werden können im Grunde von nationalen Eliten. Ich will das mal deutlich machen. Wenn wir über das soziale Europa reden und das soziale Europa hätte zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung oder wir müssten über Sachen diskutieren wie europäische Grundsicherung und so weiter, dann muss ja irgendwer dafür bezahlen. Wer dafür bezahlen müsste, sind die wirtschaftlichen Eliten. Weil die das aber nicht unbedingt wollen. Also ich sag mal, plakativ hat die europäische Exportindustrie keinen Grund, eine europäische Arbeitslosenversicherung dafür zu bezahlen. Ist es ja für nationale Eliten viel einfacher, sich Modernisierungsverlierer und das Ressentiment zunutze zu machen, um es national zu instrumentalisieren. Und genau das passiert. Wenn Sie sich angucken, die Agenda der sogenannten Populisten, es ist egal, ob AfD oder Marine Le Pen oder Wilders oder eben auch Trump, die bieten ihren Wählern ja nicht bessere soziale Leistungen oder einen sozialen Aufstieg. Sie bieten im Grunde eine neoliberale Agenda, gekoppelt mit Nationalismus. Das heißt, der Nationalismus wird zum Trostpflaster für die verlorene soziale Stellung. Das funktioniert über Angstdiskurse, das funktioniert über Instrumentalisierung. Aber wenn Sie sich das Parteiprogramm der AfD zum Beispiel angucken, werden ja alleinerziehende Mütter oder so nicht besser gestellt in diesem Parteiprogramm und Arbeiter auch nicht. Aber Sie werden instrumentalisiert für nationale Ziele. Das wiederum ist in der historischen Analogie wirklich sehr, sehr nahe dran an dem, was in den 1930er oder 1920er Jahren passiert ist, wo es damals eben auch im Grunde nationale Eliten waren, die das Ressentiment einer damals auch benachteiligten Arbeitsklasse durch die Inflation ausgenutzt hat. Und das macht die ganze Sache so gefährlich, weil, dass wir Modernisierungsverlierer sozusagen im politischen Raum haben, das war immer so. Aber wenn Modernisierungsverlierer national instrumentalisiert würden, dann verschiebt sich im Grunde das gesamte politische Spektrum nach rechts. Und das passiert. Also die Abstiegsangst als diskursiver Türöffner und Mobilisierungspotenzial für konservative Werte? Absolut. Und nicht nur das. Für konservative Werte ist das eine. Darüber kann man ja streiten. Aber natürlich auch für Angstdiskurse, Surveillance und so weiter. Also das wäre sozusagen das Einzige, wo wir das ableiten, ist das nationale Argument, dass wir uns schützen müssen. Wir müssen uns jetzt schützen vor dem Terror und vor den Flüchtlingen. Das sind die beiden Kotwörter. Und darüber kann man im Prinzip ganz viel mobilisieren, nämlich zum Beispiel Überwachung, Überwachungskameras, natürlich auch eine europäische Sicherheitsgemeinschaft. Es ist ja ganz interessant, dass wir gerade einen Paradigmenwechsel erleben. Die Europäische Union wird also verschoben von einer Friedenserzählung hin zu einer Sicherheitsgemeinschaft. Wir müssen uns jetzt also schützen gegenüber Terror und gegenüber Flüchtlingen. Und über diese beiden Schutzfunktionen, da muss man einfach mal verstehen, dass die natürlich einen massiven ökonomischen Treiber haben. Wenn es jetzt einen deutsch-französischen Airplane, Flugzeug, Militärflugzeug geben soll, ist das natürlich ein wahnsinniger ökonomischer Treiber. Diese Dinge kosten einfach viel Geld und so weiter in der Produktion. Aber die ganzen Surveillance-Maßnahmen, die Überwachungsmaßnahmen sind ja alles Apps und Fingerprinting und Biometrical Data und so. Da steckt ja Geld dahinter, da kann man ja richtig Geld mit verdienen. Insofern haben wir für eine Erzählung Europas als Sicherheitsunion natürlich ökonomische Treiber. Während wir für eine Erzählung von Europa als Sozialunion de facto keine ökonomischen Treiber haben. Das muss man mal ganz nüchtern so sehen, weswegen die Instrumentalisierung so leicht ist. Jetzt gab es einen Fünf-Präsidenten-Bericht, der ist von Jean-Claude Juncker. Und in diesem Fünf-Präsidenten-Bericht, wo viele Vorschläge gemacht wurden, ob wir mehr in Richtung Schäuble-Union gehen oder mehr in Richtung Fiskalunion, stand drin, im Frühjahr 2017 wird ein Weißbuch erscheinen und da wird dann mehr drinstehen und weitere Antworten folgen. Jetzt ist das Weißbuch erschienen, kurz vorm Jahrestag der römischen Verträge und da steht eigentlich fast gar nichts mehr drin über die Reform, also über Bankenunion, über Versicherungsmechanismen, wie zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung, die Sie erwähnt haben, sondern es steht in erster Linie Sicherheit, Migration, das sind die Themen, die stark dominieren. Auf der anderen Seite haben wir einen Emmanuel Macron, der mit seinem Mon Projet Ökonomique versprochen hat, dass er solche Dinge bringen wird, also ein großes Eurozonenbudget, Fiskalkapazitäten, ein Eurofinanzminister. Ich bin jetzt ehrlich gesagt verwirrt. Können Sie das ein bisschen einordnen für uns vielleicht, wie die Lage aussieht? Ist es jetzt gerade wieder ein bisschen besser? Dürfen wir ein bisschen hoffen? Ist es genauso schlimm? Ich antworte mal mit Niklas Luhmann, dem großen deutschen Syziologen, der mal gesagt hat, wenn die Politik Probleme nicht lösen kann, erfindet sie welche, die sie lösen kann. Und ich glaube, in dieser historischen Analogie müssen Sie sehen, was mit den hehren Plänen der Vollendung der Währungsunion gemeint war. Der erste Bericht der fünf Präsidenten ist am 5. Dezember 2012 erschienen, GMEU, kann man auch googeln für die Hörer, Genuine Monetary and Economic Union. Dann wurden da ein vierplunkter Plan gemacht über Fiskalunion, Haushaltsunion, Finanzunion und politische Union. Von denen ist in der Zeit 2012 bis 2015 praktisch nichts gemacht worden. Es gab einen Update-Report, der ist im Juni 2015 erschienen. Dieser Report ist schon viel kürzer, nur noch zehn Seiten und ich sage mal wirklich ein bisschen Larifari, wenn Sie das lesen. Und von diesem Report zum fünf Szenarien für die Zukunft der Europäischen Union, den Jean-Claude Juncker, wie Sie gesagt haben, am 1. März 2017 vorgestellt hat, ist das Ding nochmal verflacht worden. Ich selber habe vielfach gesagt, dass diese fünf Szenarien von Herrn Juncker so ein bisschen an Teletubbies erinnern. Ja, es sind 29 Seiten mit sehr vielen bunten Bällen, wo einem nochmal klar wird, wie wichtig Europa ist. Und das ist alles so PR-technisch wirklich schön aufbereitet. Aber es ist tatsächlich wenig Substanz. Man kann sich auch vorstellen, warum das so gemacht wird, weil natürlich die EU tatsächlich in einer tiefen Krise ist. Also die vorstellen, dass der Kommissionspräsident jetzt die Macht, die schiere Macht hätte zu sagen, hier ist der Vorschlag, so machen wir das jetzt. Das ist ja nicht mehr darstellbar. Insofern musste er ein Format finden, wo er einfach sehr verschiedene Vorschläge mal so sozusagen aufschreibt, um es im Grunde den Staats- und Regierungschefs zurückzuspielen und zu sagen, überlegt euch mal was. Und diese fünf Szenarien sind ja alles von weiter so wie bisher hin zu großer Vertiefung. Und dazwischen ist die Bandbreite einfach nochmal offen. Aber ich gebe Ihnen recht, zu den eigentlichen Problemen der Governance der Eurozone ist in diesem Bericht praktisch nichts gesagt. Das heißt, die soziale Frage kommt nicht vor, die Fragilisierung der Banken kommt nicht vor, die Nichtvollendung der Bankenunion kommt nicht vor, die Legitimität der europäischen Institutionen, also des europäischen Parlaments kommt nicht vor. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wir ja, wenn wir so mit Foucault-Diskurshoheit mal reden, ist ja immer die Frage, wie wir über Europa reden, gibt ja das Ergebnis. Und da wir jetzt sozusagen über diese fünf Szenarien reden, die aber im Prinzip an den eigentlichen Problemen Europas vorbeilaufen, laufen wir natürlich auch in der Art und Weise, wie wir über Europa reden, an den eigentlichen Problemen Europas meines Erachtens vorbei. Letzte Nachfrage hier von mir. Wird Emmanuel Macron Druck auf Deutschland, Deutschland ist ja sehr entscheidender Player in diesem Fall, ausüben können, mehr hin zu einer Fiskalunion, zu Umverteilungsmechanismen in irgendeiner Form nach der Bundestagswahl, das zu bewerkstelligen? Das hoffen wir. Das, was ich höre aus dem Umfeld von Macron, ist, dass Macron tatsächlich Pläne hat für ein Europe 2030, Europa 2030, wo er verschiedene Stränge, die alle schon in den Schubladen liegen, nochmal zusammenbinden möchte. Dazu gehört dieser europäische Finanzminister, der schon diskutiert wird, die Parlamentarisierung der Eurozone, die Finanzkapazität und dass diese ganzen Stränge einfließen sollen in einen Zehn-Punkte-Plan für eine sozusagen Neubegründung Europas, so ähnlich wie Delors das ja auch gemacht hat mit der Währungsunion 92 2002 und dass Macron da sozusagen ganz große Pläne hat. Der Unterschied zwischen damals und heute ist, dass damals Deutschland und Frankreich an einem Strang gezogen haben und heute nicht unbedingt. Und wir kommen einfach von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Macron kommt von einem Land, was in einer politischen Implosion Sondergleichen ist, die wir hier in Deutschland noch nicht richtig verstanden haben. Soll heißen, Macron hat siebenmal Stiefel an und braucht ganz schnell Erfolge. Und dagegen steht ein betuliches Deutschland, dem wir gerade im Wahlkampf jetzt gerade sehen, wir wollen uns eigentlich nicht bewegen, weil für uns ist alles gut, wir sind wahnsinnig bequem und so weiter. Ist das nicht niederschmetternd? Also wir diskutieren diese ganzen Ideen hier und dann guckt man auf die Bundestagswahl, null Aufbruchssprache. Und nichts wird abgebildet, das hat natürlich viel mit der Demografie zu tun, können wir das mal aufs Thema bringen. Wir haben zum ersten Mal in Deutschland 50 Prozent der Wähler, die über 50 Jahre sind. Ja, das ist schon neuronal, die Leute wollen sich nicht mehr bewegen. Gerontokratie. Gerontokratie und es ist ein wirkliches Problem, weil wir in der Generationendynamik haufenweise junge Leute haben, die echt ein anderes Europa wollen, aber die auch hier in Deutschland sich nicht durchsetzen können aufgrund von struktureller demografischer Entmachtung. Ich als Mutter von zwei Söhnen, 24 und 26, wenn ich hier gerade im Moment durch die Gegend laufe, hey, mit Europa muss ich was bewegen, dann genau deswegen, weil ich den Generationenbruch in der Diskussion ganz klar vermessen kann, dass wir hier ein alternes Deutschland haben, was im Grunde nicht bereit ist, sich zu bewegen, weil sie noch glauben, dass man die EU so wie sie ist und so wie sie ihnen zu Pass kommt, weil sie daran verdienen, dass diese EU zu erhalten wäre. Und das glaube ich nicht, dazu ist sie zu brüchig geworden. Vor allen Dingen will aber eine nachwachsende Generation ein ganz anderes Europa. Und da spielt sich die Debatte, die eben wie gesagt einen ganz starken Generationenfaktor hat und wo Deutschland und Frankreich überkreuzt sind mit einem dynamischen Macron, der das sieht und der die Debatte treiben will und einem Deutschland, was in der Bremserfunktion ist. Vielen Dank an Ulrike Gero für das interessante Gespräch und für ihre Darlegung ihres Konzeptes einer gemeinsamen europäischen Demokratie. Ich hoffe, wir haben nächste Woche wieder einen interessanten Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin. Und bis dahin eine angenehme Woche. Ja, das hoffe ich auch und ich verabschiede mich. Tschüss. Musik Musik